Setz da hin und sei ruhig! Hörbem.ón, eh.. Pennutz mich und p-backboy Präsentiert euch die Spiele. Mach an ihr und siebste Schelle. So, kickst Daumen nach oben und kickst es bis zum Ende, sag ich dir. Sonst klatscht es. So, du mach an die Kiste da. Ich traue mich ja an. Oh, wie leistert so? Jetzt muss ich erst mal wieder rinkeln. Den Scheiß hier. Den alten Piss hier... Ach, jetzt habe ich da wieder als Scharfschützen hier mehr drin. Mit dem... den mega so gut ich bin sunny okay so war das alles klar das ist ja eine ganz andere steuerung hier als ich habe raus hier die uhr angriff zum steig hat er getroffen aber nur fünf schadenspunkte steig ja schon mal gut gemacht dass ich mich aufnehme oh ein reiter ich bin gleich tot kavalerie lanze wo liegst du denn mitten in der wüste irgendwo soll ich da hinkommen am geschissensten und sandigsten ort der wüste hier ist das nicht über battlefield 1 kann es doch jeder wieder im leben hier oder nicht ach jetzt habe ich wie ich bin aber auch ein hörny jetzt habe ich schon wieder und totgeil ein glück danke was für ein geiler spawn lustige zum teil da links das bild vorschau bild unten das avatar bild das ist eine normale rakete die in den himmel starten ich sehe da nichts besonderes dran richtig also ich weiß jetzt nicht was du da von mir jetzt erwartest was ich jetzt da antwortet drauf aber na nischt fand ich ja so schön halt gerade ja das ist einfach das war wirklich was meine alte sniperwacht wieder hin spielts späher stimmt oh ja hier ist der flammenwerfer mann geil und schon wieder tot ich meine stolperdrahtbomben bin ich angeblich droben wahrscheinlich war das ist der flugzeug und wieder tot geil gerade gespawnt direkt tot wieder weg gesnipert und robert hat gleich aufzuzocken naja den alten mist kann ja keiner mehr spielen hier nach mann belebe ich doch wieder du arschloch nachdem man jetzt battlefield 5 gespielt hat kann man das eigentlich in den mülleimer werfen hier ohne probleme ohne buch einfach in den mülleimer werfen ja nicht versuchen dann da irgendwie ein verkaufsalüs auszuschlagen einfach in den mülleimer direkt in der mitte zerbrechen und mein aiming ist so voll lahm merke ich jetzt mal im gegensatz zu battlefield 5 aber battlefield 5 hat mich aufneut warum bist du denn schon wieder tot weil ich gerade vom flammschützen flamentiert wurde weißt du das ist toll flamme 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 ich hab da mal nach links ist hier entgegen meine haftmine war das voll das arschloch das war richtig arschig ich dachte den hat es jetzt mal weggefeuert ich dachte der flammenwerfer mann ist hier noch drin den habe ich getötet mein Freund ach so naja das hast du ja früh gesagt naja du hast ja nicht gefragt warum soll ich da irgendwas sagen einfach weil ich in der nähe war da kann man ja einfach freundlicherweise sagen ja den habe ich übrigens getötet brauchst du keinen kopf machen mehr ach so gut hab ich getötet brauchst du keinen kopf machen manu hör doch auf mit der scheiß ja das war aber ein Panzer von da hinten doch oh zack ach jetzt bist du auf Versorger auf einmal ne ich bin die ganze Zeit schon Versorger du hast es mir wieder nachgemacht so ab zu D jetzt wenn man richtig spielen kann wir spielen Battlefield 1 kann das ja nicht mehr kann das nicht mehr spielen ne ist ja auch was völlig anderes als Battlefield 5 stimmt und wieder weggesnipert und wieder Martini Henry ist das ne dumme Nutte da oben ja ist das bei Battlefield und weggesnipert ach von da ich dachte der kommt von von der anderen Seite von der anderen Seite ach man bürger bürger ekelhaft so boi asiatische Essener und unten und oben aus bumbo 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 erklärt das doch mal das weiß ich doch nicht was das jetzt sein soll das ist äh Fischtransuppe mit Fischtran mit äh schmeckt aber nicht nach Fisch mit Reisbandnudeln mit Salat und Rindfleisch und Erdnüssen und so weiter ganze asiatische Zeugs halt der wurde schon wieder weggesnipert ne aber schmeckt äh schmeckt gut also das mit den Snipern geht mir hier schon so wahnsinnig auf den Sack wieder gerade man muss sich echt umgewöhnen erstmal Munition droppen ja naja dann und rot wieder der Emulator sehr gut dann müssen wir man hör doch auf den wieder zu beleben das ist doch nicht dein Ernst hier wer fummelt denn hier am Licht rum ach Freunde pass auf sei vorsichtig da oh Gott Mann der geht aber auch nicht drauf komischerweise ist ja nur ne Warmmachrunde ist ja alles noch gut ja ja trotzdem zum Kotzen oh Erik ist Erik ist seinem Druck beitreten geht doch da kommt Erik und ja Erik danke danke Erik der Gruß geht raus Erik wird nur ne Bonus Folge die jetzt hier aber vier lang ja und ne kleine Bonus Folge die im halben Jahr veröffentlicht wird aber wir freuen uns schon auf Battlefield 5 mit dir Boah da hinten kommt halt die ganze Kavalerie an ich spiele auch wie Uschi du der Uschi der Uschi Uschi Glas kann ich da nur sagen genau der schießt mit seiner Leuchtfacke genau auf mich nur auf mich schießt ihn runter ja ja geil das ist ein Panzer und rot Landkreuzer wiederbelebt worden reiter Arschloch ah ik mal lass ich lass ich mal runtergeprügelt von dem Pferd da Munition für dich ja die Bonus Folgen die sind ja exklusiv nur für Abonnenten zwinker man geil wieder tot ich spiele wie Sau nein warum fährt er denn jetzt hier so schnell runter ach man ich hasse es wenn ich den Panzer mal hinterher rennen muss du Arschloch mhm hat sich auch derselbe getötet mit seiner scheiße Pistole da mit seiner mhm da wer der Glück hat der Panzer ist weg abgefahren dadurch hat er Speed bekommen sonst hätte ich den ja erwischt locker flockig wer Munition ja danke wir laden unsere Befehle fällt hebe ist die Erich ja Munition Erich Erichsen Erichsen John Erichsen ja und wieder totgeritten scheiße die sind aber auch hier von in einer Überzahl die Leute das Gute ist dass er Erichsani spielt da ist schon mal die ein oder andere Wiederbelebung drinnen ja man muss halt auch erstmal wieder rumkommen so wenn wir jetzt das Flugzeug total vermisst das muss ich mir in ja kannst du dich endlich wieder um den Fahrendmast wickeln der Teigruf vermisst da mir das anzugucken das passiert mir noch nicht in jeder Runde ja ich hab ein paar Schnipsel letztens erst wieder zusammengestellt wurde das in einer Runde gleich dreimal passiert warum machst du denn na weil es lustig war oh geil super tot jetzt bin ich nicht an Fahrendmast hängen geblieben sondern in der ach man war ich auch zu gierig für ein Flugzeug willst du dann warte mir auf das nächste Flugzeug nee der hat mit der Leuchtfackel hat der mich genau angefackelt ey ja mich auch vor allem mit der anderen natürlich warum will er denn jetzt hier die Gasmaske aufsetzen verstehe ich auch schon gar nicht ich verstehe ja eigentlich nicht was ist denn wer will denn was ach man du Hure erik lass mich erstmal links liegen ah ok gut probiert jawoll sehr gut warum hab ich denn keine man jetzt muss der nachladen ich kotze hier wieder dein alter Problem naja ist natürlich ja das ist natürlich das beschissenste was dir passieren kann du wirst wiederbelebt und dann musst du erstmal nachladen na na das ist natürlich jetzt mal nachladen bevor du drauf gehen musst tja ne ich wusste ja nicht dass ich gar nicht knallt werde schlecht ich steig in den Zug ein das ging um gleich so aggressiv zu reagieren das ging um gleich so aggressiv zu reagieren ne war ja ganz normal ne dann hört sich das immer so aggressiv an jetzt mach ich nochmal neues Flugzeug jetzt mach ich nochmal richtig Lärm hier ja da oben sägt dich schon vor als ich das überhaupt bin den du wieder siehst er schießt sich gerade mit dem Flak ab erik ist auch im Flugzeug drin? ja der hat noch Vertrauen in mir ja nicht mehr lange das hat sich gleich erledigt oh ich hab ihn sogar getroffen den du da versuchst abzuknallen ja freut mich oh mein wow jetzt repariert die Hure sich David du musst dranbleiben an den an dem nee ich muss mich ja ich muss mich jetzt irgendwann selber reparieren jetzt kommt er zurück ja genau kurz bevor ich fertig repariert habe du Hure lenk den ab naja der traut sich nicht mehr hier hin kommen wir ja mit dem Flak gar nicht so weit der ist ja schon außerhalb von der Karte irgendwo der Bastard du bist am Flak dran der kommt aber auch wieder sehr früh ich hab doch vorhin noch gesagt dass ich dich gerade mit der Flak beschieße da hast du wieder nichts zu gehört das hab ich mir schon gedacht naja der traut sich nicht mehr her den kannst du der ist abgehakt der fliegt da seine Runden da hinten jetzt ist er naja irgendjemand anders trifft mich aber hier die ganze Zeit fliegt da seine Runden bei sieben Lebensgründen aber das ist ein anderer so wahrscheinlich der tut was anderes als sieben Runden fliegen äh Runden naja dann hast du einen anderen du hast einen anderen naja aber dann schieß den du ab mit der Flak ich seh keinen der Mon ich hab nur den gesehen der war genau wenn du mich gesehen hast hast du auch ihn gesehen der war genau hinter mir dich hab ich vor drei Minuten gesehen das ist schon ewig her naja du siehst ja das Video irgendwann und dann wirst du das sehen auf jeden Fall Erik ja daran kann ich mich ja dann auch am besten erinnern auf jeden Fall Erik bist zum Schluss drin gewesen und nicht so wie du einfach rausgesprungen also Pussy ich sterbe ja dann trotzdem auch wenn ich raus springe ja das ist ja immer noch der Dumme und bin jetzt im Panzerzug ja ich auch oh hier das Bombenmaschine ist der lebensmüde ist das ne Hure krass ist der noch ausgestiegen vor der Arschloch fahr weiter mit dem Zug na auf jeden Fall was macht er denn da schon wieder jetzt fahr doch mal ist der mit dem Reiter hier schon wieder los hm alter du Hure jawoll ausgeschaltet den scheiß Bomber du Hure du Hure Spaß macht es immer noch gar man warum trifft man den denn nicht da hinten gerade mit so mehrigen ja der input lag wusste gar nicht dass der so niedrig ist bei dir das ist ein neuer fernseher oder was? hab ich es ja gar nicht erzählt ich will den da bitte immer nicht so angeben man diese flugzeuge hier ey den habe ich angeblich wieder gar nicht getroffen ist ja auch komisch die naja komm naja eh ein guter hattet hier wenigstens sterbe ich hier nicht mehr in dem zug erstmal den sieht der denn da hinten nischt wenn der da sieht aber gut befehle fällt Ebel da ist ein panzer kannst du den beschädigen ne ne er ist jetzt hinterm hügel achso erik hat letztens gesagt wenn er einen befehl anfordert dann ist es ein hinweis für uns dass er Platz braucht im squad achso ja nur was du durch bist falls ich es vergessen sollte mal ja der unwahrscheinlich aber könnte ja mal den chat achten ach genau genau äh ok tut immer geil wie viel die aushalten von so einem Flakgeschütz da hinten ist der panzer der panzer ist auf jeden fall der ist durch der ist hinüber ja natürlich sind sie vorher wieder ausgestiegen wie immer der ist vorbei ja ein Fall verloren und dann gut sehr gut ah ok ach ja ach 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 und jetzt ist es richtig los jetzt sind wir wieder drinnen Ja, von vorne. Genau, und von vorne, genau. Ja! Bin ich bester Spieler? Nee. Ach, positiv sogar, neuer Woll. Ach, Kills hast du doch neuer Woll. Geht doch. Geht doch, geht doch. Geht doch, geht doch wieder nach Hause. Geht doch nach Hause. Wir haben geil, wir haben jemanden drinnen, der nennt sich Sniperkiller. Robert, geil, der könnte auch dein Name sein im neuen Wettelviertel. Naja, Sniperkiller ist ja wohl derjenige, der die Sniper killt, denke ich. Also, hoffe ich. Ey, meinst du? Hoffe ich mal schon. Obwohl, er ist in dem Noob-Clan drin. Sprich dagegen. Eigentlich. Na, zumindest laufen die Server. Ich hatte ja schon die Befürchtung, nach der Beta. Ich glaube, bei Battlefield 1 nix mehr, weil die jetzt alles... Nix. Die Beta ist nix. Die Beta ist ja jetzt auch schon ein paar Tage vorüber. Vorbei, dem Mai. Ja, stimmt. So, dann ist es weiter mit Sanquentin.